Willkommen zu Batman The Animal Vision. Wir machen direkt an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal Schluss gemacht hatten, also wirklich direkt. Joker ist weg! Er hat Waller! Geh runter! Das ist ziemlich im Eskalieren. Oh shit. Das sieht böse aus. Batman! Oh mein Gott! Oh mein Gott! On three. One. Two. Three! One more time. How do we stop the bleeding? Batsuit. Ich sehe dich mit mir. Badmobil. Es wird mich nach Hause bringen. Du hast es. Ich liebe dich. Bleib mit mir. Batman. Batman! Fred wird sich bestimmt Sorgen machen. Ja. Ja. Ah, ein Mann geht nach einem Doktor. Der Mann sagt, Herr, ich habe dieses Ding mit meinen Händen. Es wird nicht stoppen, und es macht mich verrückt. Und der Mann sagt, hast du viel trinken? Der Mann sagt, nein, nicht wirklich. Ich spiel die meisten. Oh, das hast du schon gehört? Ich bin ziemlich sicher von dir. Es war noch nicht so relevant. Ich habe entschieden, meine Bed-Side-Manners kann man ein paar Änderungen nutzen. Sie schiefst nicht, dass wir uns nicht irgendwo kommen. Wie kam ich hier? Es wäre schön, dass du dich mit Freunden hast, die du kannst aufzuhören. Und dann gibt es Freunden, die machen Dinge wie das. Er könnte dich töten. Er hat wohl schon gemacht. Alfred, John ist einfach... Er hat Probleme mit seinen Impulsen. Manchmal macht er ohne Gedanken. Okay, vielleicht mehr als manchmal. Ich weiß, dass du ihn interessierst, Bruce. Aber er hat viele Menschen verletzt. Und ich... Ich bin sorry zu sagen, aber es hat nur noch schlimmer. Computer, bringe alle live-führenden Nachrichten. Filter für die Worten, Joker. Gotham ist immer wieder auf die Piele, nach einem Mann, der sich sich, Joker, led an assault auf den GCDD. Es gibt keine Begründung, ob es Amanda Waller, der Regierer der Agency, noch alive ist. Der GCDD-Fahrer fangt auf den Weg, wo die Geführenden Bürgerkirchen fangt für die Kürze. Die GCDD-Fahrer fangt den Mann für hübschen nach dem Atten. Wir wissen, dass 11 Leute wirklich in den K-O-Mann waren. Der GCDD-Fahrer fangt. Der GCDD-Fahrer fangt. Wer ist der GCDD-Fahrer? Wer ist der GCDD-Fahrer? Und wo er seine Reignung endet? Der GCDD-Fahrer fangt. Wer ist der GCDD-Fahrer? Der GCDD-Fahrer? Der GCDD-Fahrer? Von dem Beginn hat John auf deine ganzen Worte, schiegt auf die Rückmeldung, um dich zu beenmeln. Deine Druck ist überall in ihm. Selbst die Teil von dir, die am Schmerz ist. Aber jetzt ist er das. Vielleicht habe ich einfach nicht gesehen. Ich weiß, Bruce. Ich bin sorry, ich... Ich sollte nicht alles sagen, dass du das alles gesagt hast. Du bist in der Form. Ich hatte zu viel Zeit zu denken, während du hast du reizigert. Ich bin sicher, ich bin sicher, Batman. Es ist Zeit, um deinen neuen Partner zu treffen. Entschuldigung, mein was? Das war dein Geist, mein Lieber. Ich bin nicht bereit. Tiffany. Ja. Ist mein Partner. Ich war ein Hesitant, aber ich konnte sie einfach nicht wegnehmen, Bruce. Sie hat dein Geist, deine Passion. Just like, wenn du Batman geworden bist. Das ist eine schwierige Sache, um nicht zu sagen. Zumindest hörst du sie aus. Alles klar, ich信 dir auf dich an dieser Stelle. Wenn du denkst, dass etwas wie das funktionieren kann, dann bin ich bereit, dass ich es einen Schuss geben kann. Ich bin nicht sicher, dass ich das überhaupt nicht sicher bin. Aber ich war nicht sicher, dass ich auch Batman nicht sicher bin. Ich habe meine Wunderschöne, dass ich mich nicht sicher bin, dass ich es nicht sicher bin, und ich will, dass ich es nicht sicher bin. Und ich weiß, dass du es nicht sicher bist. Aber... Whatever feelings you may have had for John... Don't let him use them against you. You can't allow him to cloud your judgment. You don't know John like I do. He still considers me his best friend. He wouldn't abuse that. He's a killer, Bruce. A maniac who kidnapped the head of the world's top intelligence agency. You can't go on blind hope that he will be the man you once knew. Hmm... Scheint zu stimmen. Ist es am Ende wirklich Joker? Der der böse ist? The rest of the authorities search for Joker and his associates. John is often mentioned he missus Arkham. Maybe he's hiding there. I thought of that. I'm afraid our own drone network has come up empty in a search of the asylum grounds and its catacombs. Okay. Dabei hat er sich sehr zu Hause gefühlt. Das weiß ich was Arkham Asylum noch. Wenn er mal anspielt. The agency searched the subway lair, the pact had been using. They found nothing and raised what was left to the ground. Uh, as for the GCPD, they've investigated John's other favorite haunt, the Stacked Deck. Interviews there yielded nothing useful, other than the fact John and a few of his regulars he's recruited to his cause, haven't frequented the establishment in over a week or so. Hmm. Willy Deaver on the left, and that's Frank Dumfrey. Waller set up a stake out of the funhouse after her agent's bodies were found. She has people there around the clock. John's gone to ground and in none of the usual places that we know about. I'm done. My word. Well, you certainly looked the part. Just wait till you see what it can do. Oh my god. Bruce. Are you okay? Don't worry. It looks worse than it is. Yes, you get used to him lying like this. Unfortunately. Is this... Is this what happens to you all the time? Ah, don't worry about me. I'll be fine. I've lived through worse than this. And this time he's telling the truth. Hmm. It's... The water tower. Where Joker set his ambush for the agency. It's still an active crime scene. A little bit of luck. There may be something there I can use to track him. I'm coming with you. I'm coming with you. Chemical sniffers. Advanced sensor suites. Early warning defense nodes. All with sync capability directly to your cow. It scans and catalogs evidence in a nanosecond. Maybe even faster than the back computer. It's even got some defensive options. Non-lethal, of course. Sounds like a plan. I won't let you down. I won't let either of you down. Let's get to work. You'll need these. You'll need these. For the pain. You, uh... You forget something. You'll need to find them this. Nervös? Nicht alle bevor der erste Crime-Szene? Wie... Ich meine... Wie machen wir das? Okay, then. Watch and learn. Oh, God. That's not how it's supposed to sound. That needs some work. You'll get it. Batman. I didn't expect to see you here. We're here to help, Detective. My partner and I need to examine the area. We may find something that'll lead us to Joker's whereabouts. Your partner. We might not be able to give you a lot of time. With Waller kidnapped, to me getting canned, no one sure whose jurisdiction this crime scene falls under. The agencies or the GCPDs. So for now. Let's go ahead and say it's yours. Alright. My people are here to help however they can. Gordon. I appreciate the assist. Eh, sure thing. What should we do to help? After the pack separated, Joker had to find somewhere else to hide. There could be clues here that tell us where that is. And where he may have taken Waller. So this partnership between you and Batman, when did that happen? It's new. Hmm... Hmm. 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 Hmm... Hmm. Ich werde es auf den Dronen-Searchfiltern addieren. Äh, hallo? Schubst du bitte? Ist das jetzt ein Pack oder wie? Das ist ein Bug. Oh, Telltale. Was sollte das denn jetzt? Oh, tut mir leid, Leute. Das ist jetzt irgendwie so ein Spielfehler. Ich werde eigentlich rauf gehen, aber... Ja. Ihr habt gesehen, was passiert ist. Und ich fahre instant wieder unten. Hm. Und... Das kann bloß ein Spielfehler sein oder sowas. Ihr habt ja gesehen, ich konnte nichts mehr machen. Außer durch den Bildschirm scrollen. Das heißt... Normal... Wo fang ich jetzt eigentlich an? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet, wo jetzt der Safe Find war. Na, das kann ich jetzt nicht skippen. Na wunderbar. Nervös. Oh, Mann. Isn't everyone before their first crime scene? How do you... I mean... How do we do this? Take the lead. Wait, what? We're here to find something that gets us closer to finding Joker. Focus on that. Show me how it's done, Miss Fox. Okay, then. Watch and learn. Oh, God. That's not how it's supposed to sound. That needs some work. You'll get it. Ah, jetzt den ganzen Kram nochmal. Hi. I didn't expect to see you here. We're here to help, Detective. My partner and I need to examine the area. We may find something that'll lead us to Joker's whereabouts. Your partner? We might not be able to give you a lot of time. With a lot of kidnap to me getting canned, no one sure whose jurisdiction this crime scene falls under. The agencies are the GCPDs. So for now. Let's go ahead and say it's yours. Alright? My people are here to help however they can. Gordon. I appreciate the assist. Sure thing. Ah, yes. Kennen wir aber halt vom Fan schon. After the pack separated, Joker had to find somewhere else to hide. There could be clues here that tell us where that is. And where he may have taken Waller. So this block of ship between you and that man. When did that happen? It's new. Okay... No, no... No, no, no. No... Drone. Was ist? John Doe thought he could take on Bane? He's not half bad in the fight actually. Bane's blood won't lead us to Joker. Nothing of note. Electrical burns. From the agency guns. Hmm. They were firing wildly. It's a subpar design for a firearm. Too prone to misfire. Electrical discharge heats the barrel too quickly, causing erratic fire patterns. Ah, so you're also an expert on guns. I've designed a few myself, actually. The forensics ran through the system. I found it was stolen from the stacked deck a few weeks ago. I think, it's been customized since then. My drone can analyze it. Just point and I'll shoot. What happened here? Joker hit Bane with his car. Ugh. Don't be that insurance. Huh. Custom plates. Probably didn't get this done at the DMV. Lil pudding? Must be his way of remembering his time with Harley. The drone sees a body shop quality strip below the top layer. The paint uses a stripping solvent that hasn't met compliance standards since. I'll run a check on manufacturers in the area. See who's recently been dinged for safety regulations. This much data? We're gonna need something to narrow it down. Like a name. Kids are natural at this. Huh. This car is hot wire. It's a mess. Well, you think a guy like him would've stolen a car before? He's unconventional. That's one way to put it. Hmm. Someone was thirsty. What do you think? Wanna run DNA? No. We already know who it belongs to. Yeah, Joker, probably. I miss this, you know. You and me raking over a crime scene. Oh, I messed it up, didn't I? Now in the early days when we were chasing you, not realizing you were one of the good guys. You and I came to an agreement. We worked together to make Gotham safer. I lost my head the other day. I want you to know I'm sorry. I cracked like I said I would when Waller first moved in. I said and did some things I'm not proud of. Are you done with your trip down memory lane? Because we should get back to work. If that's how you want it, fine. Don't expect another olive branch from me. Got something interesting. It's a faint signal. I need to know. This is a moment of breaking news. It's a bit stressful. Damaged. Can you isolate this signal from this device? Sure, but why? Ich habe gesehen, was diese Callers können. Die können in Hande kommen. Ich habe diese Kopierten Batteries. Ich habe das Gefühl, es war krass. Ich habe eine Bluteprint. Es ist Tungsten und Stahl. Es ist schwer, das zu verbrechen, nur indem ich auf die Seite stehe. Bane ist ein großer Junge. Wunderschöne Craftsmanship. Und... ...Silver Filigree. Er wurde ziemlich der Showman in diesen Tagen. John Doe sieht nicht besonders kräftig aus. Vielleicht haben sie eine Schaubklasse in Arkham. Sie haben nicht. Bastelkurs. Nein, im Auto ist nichts mehr. Da geht es nicht hin. Okay, dann bleibt bloß noch das, wo das Spiel jetzt... ...abgestürzt ist. Das war's. Oh, ich werde es vielleicht wiederholen. Das war's. Ich habe das gemacht. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe das. Ich habe das. Riddler's murder that he's blaming Waller for it. Wouldn't actually surprise me. Riddler's murder? Really? But maybe it was always just a matter of time before he snapped. Come on down. Joker's associate. What do you have on him? Machinist by trade with a storied employment history. He's been fired from almost every factory and chemical plant in Gotham. Has a drinking problem, apparently. Chemical plants? Huh. Let me cross-reference Willie Deaver's former employers with paint used on Joker's car. Ace Chemicals. Their main plant was shut down last year after the city cited them for multiple safety violations. Because of the paint. The plant's been abandoned ever since. Perfect hiding spot. We found her. Well, well, well. What's all this then? A bat and a walking mustache. To my crime scene. You escaped. You got it all wrong, Batty Boy. I'm here on agency business. For the love of God. That's right. I'm one of the good guys now. So hand over everything you found before I knock out those pearly ones. In the name of the law. Batman, we don't have time to mess around with this clown. Make time, copper. You all take orders from me now. You're going back to jail, Harley. I don't care what deal you made with Waller. Let me show you how things work around here now, Batsy. This is agent Quinn. Suppressing fire. You're going to take this moment on, baby. Ain't that a time? Oh, ich bin ein bisschen. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen zu verletzt. Das sind so, dass ich so verletzt kann. Ich kann es nicht zu wissen, dass ich sie zu retten. von einem einem großen und schlusserlose Schrauben kann. Sie wird alles für mich machen. So all you gotta do is tell me where John took her so I can get back to my job After all Johnny boy, and I are due for a nice long talk You don't have a holdover in your heart. He's over you. He's over me. Oh, please And here I thought being diplomatic would work with you people. Oh, well, I'll try something you can understand You cops can't just shoot people like that. I'm off, dude Hello, what's the girl gotta do it? I could hack those collars in my sleep Hmm, hmm, no way to do it. It's almost nothing. Tja, spiele sens. You son of a- Latoya! Got it, sir. Was glaubst du, was du zu tun? Du schaffst dich nach Blackgate, wo du gehst. Oh, bitte! Die Agenzie ist nicht gonna let mich sitzen in einer Karte. Ich bin ein Asset. Ich werde das, was ich will, und da ist nicht eine verdammte Sache, was du tun kannst. Du denkst, dass du in Kontrolle bist? Du wirst du den Rest des Lebens unter der Agenzie leben. Nein, das ist nicht so, wie das funktioniert. Ich mache das auf meine Karte, niemand andere. Jetzt sag das zu Waller, wenn sie zurück in die Arbeit kommt. Geh find Joker, bevor er auf Waller schreit. Ich versuchze diese Scheiße. Geh deine Leute zurück, bis ich sie nennen. Waller's Leben kann auf eine Stelfi-Aberfläche sein. Batman. Good hunting. ok damit hätten wir harley ist endgültig unter kontrolle die agg nach joker jedoch geht weiter das ist noch längst nicht vorbei aber ich denke mal wenn der speicher gleich kommt weil dieser platte vorbeisein ja speichern okay ich würde sagen das war's für heute von batman jenri bin nächstes mal geht es in ace chemicals weiter bis zum nächsten mal und ciao